Hallo, mein Name ist Robin Sütterlin, ich bin der Geschäftsführer der Basler Psy-Veranstaltung GmbH. Ich biete mit Gabriel seit 8 Jahren Hypnose-Vorträge und Hypnose-Seminare hier in Basel an. Es freut mich sehr, dass er 2018 zum ersten Mal bei uns eine Hypnose-Therapeut-Ausbildung angeboten hat. In seiner Klasse waren 24 Schüler, die alle die Prüfung bestanden. Ich habe danach noch mit einigen davon geredet gehabt und davon haben sich 8 selbstständig gemacht als Hypnose-Therapeut. Und zwei weitere haben gesagt, sie dürfen das in ihre Arbeit integrieren. Das finde ich eine phänomenale Gefute, die ich so leider aus meinen anderen Seminaren nicht kenne. Ich organisiere jedes Jahr zwischen 100 und 200 Events. Und dort merke ich, dass viele Leute im Lernen drin sind, aber leider es dann nicht schaffen, das in ihren beruflichen Alltag zu integrieren. Bei dem freut es mich sehr, dass wir so eine gute Gefote beim Gabriel Palacios haben. Es freut mich sehr, dass ich mit ihm zusammenarbeiten kann und dass man so vielen Menschen ermöglichen, selbstständig zu werden. Vielen Dank, Gabriel Palacios. Vielen Dank, Gabriel Palacios. Vielen Dank.